Rein geht's in diesen November, wir kommen zu Platz 1 der Zarchats, heute vom 2.11.2024 und im Vergleich zur letzten Woche haben wir diese Woche keine Änderung. Ganz oben an der Spitze steht heute zum zweiten Mal die neue Single von Rosé von Blackpink. Zusammen mit Bruno Mars, Arpate, heute wieder Platz 1 bei den Zarchats. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.